Naja, heute sieht das Wetter besser aus, denn jetzt hatte ich geregnet, konnte ich nie einkaufen gehen. Also war ich auf den Samstag bei Aldi. Spatzen haben ohne Butter. Clem Paulchen. Er wartet, oder? Paule. Tja, guckst du schon, da war Fenstersoffen. Ich werde aber jetzt zumachen, denn du bist mir zu schnell. So. Tja, hier mein kleiner Einkauf. Erdbeertorte. Natürlich habe ich die Sahne wieder vergessen. Denn gestern habe ich den letzten Rest genommen. Kleine Minitomaten, die kann man gleich in den Mund schieben. Medaillons, Schweine-Medaillons. War im Angebot. Ich dachte, nimmst du mal mit. So, Mandarinen. Heute kein Käsetwister. Heute so eine kleine Mini-Pizza. Tja, bisschen Eis. Falls der Kniverwandel doch noch kommen sollte. Dann bin ich drauf vorbereitet. Käse. Würzig. Gut. Butter. Und Kondensmilch. Ah, nein, vergessen. Ungarische Salami nur. So, das reicht. Mehr habe ich nicht. Quapautchen. Mehr brauchen wir nicht, wa? Na? He, er sitzt da und wartet. Dabei hat er gerade, bevor Klosi haben wir was bekommen. Das schon aufgefressen. Jetzt will er Leckerlis haben. So, naja, gut. Das war's. Ungewöhnlicher Tag, auf den Samstag einkaufen gehen. Auf dem, auf einmal der Ziehe I.